Herzlich Willkommen zu einer drunter modern warfare wir spielen heute team deathmatch auf der wunderschönen map shot aus und ich werde versuchen mich diesmal nicht so aufzuregen und vor allem auch nicht so viel zu reden weil wenn ich rede ich mich schlecht also ich bin auch schlecht davon hat gesehen man muss auch ehrlich sein ich bin auch schlecht aber ich versuche einfach jetzt mal ein bisschen besser zu spielen indem ich jetzt nicht so viel quatsche euer ernst ist keiner von denen nach vorne die sind echt noch alle anstoren oder was da kämpfe ich jetzt auch hier ganz ehrlich die kämpfen wirklich alle also viele von den kämpfen jetzt am auch geile soundkulisse ist wieder am start ich habe leider langsam keine muni mehr ne eklische shotgun spiel so und gerne mit einer eklischen shotgun muss ich ja mal ganz ehrlich sagen aber ich muss jetzt erst mal spielen und langsam meine muni sonst kriege ich mich anal leider hier wird nicht vorbeikommen die wird genau wie ich jetzt gerade schön abwarten dafür kommt der vorbei harmonie irgendwas langsamer wegen muni machen ich habe jetzt nicht meine ich habe jetzt nicht meine mp5 weggelegt ich bin mir da deshalb so scheiße feindliche drohner von dir aber alles klar kann man machen muss man auch nicht man kann auch viel schießen muss man aber jetzt nicht unbedingt ich habe alles cool Kommunizieren, bisschen reden, bisschen motivieren, dann geht er schon. Wow, okay, tue ich ihn mit. Sollte ich jetzt nicht gehen. Ich bin doch egal. Sag mal, schlafen die Pferde, die Gegner, oder? Nee! Oh, wie scheiß! Feind am Büro! Feind am Büro! Der Metatronik geht mir auch ein bisschen auf den Sack. Das hört sich an, wie ein Rasierer hier rumfliegen würde. Machen wir mal bitte meine Haare. Hallo, machen wir meine Haare, die Scheißdrohne. Ja, okay, die teilen sich leider auf. Ich dachte, ich kriege jetzt zwei, aber leider nicht. Können wir gegen... Mann, Alter! Irgendwann boxe ich dir richtig ins Gesicht, ey. Okay, die sind jetzt beide im Büro, oder alle, oder was weiß ich. Zumindest gehen die mir auf den Sack. Ja, hab ich schon gesehen. Ja, ich will den da oben nicht, äh, bonden. Wir sind doch Verbündete! Ich glaube, da wollte er einfach nur mit Mattel... Oh, bitte nicht. Jesus Christi, bitte nicht. Wir haben die Kontrolle übernommen. Verbündete Drohne in der Luft. Mein Name der Barackenstadt! So, jetzt muss ich mich mal ganz kurz hier aufmanitionieren. Oh, er schreckt mich noch einmal! Das war schon leicht lustig, ne? Muss man ja schon mal sagen, sah witzig aus auf alle Fälle. Ne, den fand ich jetzt nicht, das wäre dumm. Ah, mal gucken, ob er Marschflugkörper irgendwo einsetzen können. Ja, immerhin. Immerhin. Feind am Schrottplatz! Der gehört auch hin. Kann der In prophermann, wenn man nicht so übertrieben nervt mit seiner eglischen schwulen eklischen Packdrohne. Ich bin Star, Mann, wurde gescannt! du wichser alter du eklig stück du eklig stück also die tollzeit wenn du bock hast kannst du jetzt ein paar kills mal ich will mich ja jetzt nie beschweren aber die sind alle im büro die holen ich versuche jetzt mal rauszuholen ja und muss auch dazu sagen ich bin in der aufnahme natürlich scheiße das ist natürlich jetzt keine gute runde von mir aber ich bin eigentlich schon ziemlich zufrieden ich habe immer das komische das ist das komische problem dass ich in den aufnahmen übel schlecht bin also ich bin zwar ja schon zufrieden mit meiner leistung aber können natürlich ein bisschen besser sein muss ich ganz ehrlich sagen ich habe zum beispiel jetzt auch öfter schon mal geschafft eine 0 100 hinzukommen wirklich ohne ein dev ihr werdet mir es nicht glauben aber ich habe es wirklich schon geschafft momentan ist meine kd bombe müsste ich jetzt lügen ich glaube 1,5 habe aber schon fast 10.000 kills also jetzt nicht so von wegen dass ich noch keine kill okay jetzt sterbe ich gerade so unnützt die ganze zeit also nicht so dass ich keine kills so hätte also und ich war mal so auch alter man hier geht mir langsam auf den sack ich habe mir so manchmal so gedacht oder ich habe mir besser gesagt gedacht jo komm machst du dir einfach mal ein spät account das problem ist mit einem spät account habe ich momentan 3,0 und kann man einfach nicht spielen also mit einer 3,0 sehr eine sehr gute kd ich habe jetzt auch mit einem später kommt bin ich leider in anführungszeichen zu gut mein problem liegt einfach daran dass ich ja mit dem account einfach nicht spielen kann weil drei kommen du kommst dann auch in lobbies sieht alle 3,0 haben und ja ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen wir sehen uns auf alle fälle im nächsten video bis dann haut rein und tschüss wir sehen uns auf alle fälle